M. Maus Dieses Relief der Jünger von M. Maus ist vielleicht das am meisten reproduzierte und bekannteste des Silenze-Kreuzgangs, da nur drei Zeichen dargestellt sind. Der Künstler hat sich Mühe gegeben, sie mit seiner üblichen Technik körperlicher Details und körpernaher Kleidung zu reproduzieren. Szene von großer Gelassenheit, ohne Bewegungsmangel. Der auferstandene Christus erscheint den beiden entmutigten Jüngern und ermutigt und begleitet sie, indem er sein Gesicht und sogar seine Schritte dreht, den Weg des Lebens mit Glauben zu beschreiten. Das Detail der Muschel von Santiago in seiner Tasche ist ein Augenzwinkern, auch für die Anzahl der Pilger, die hier vorbeikamen und reflektiert wurden.